Yo meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich weiß gar nicht wie mein Kanal heißt, ich bin ja so vergesslich und immer betrunken, wenn ich aufnehme. Und schalte meine Hose. Ach, scheiße ist ja gar nicht GTA, war? Ist ja Minecraft Fallout. Oh Mist, Entschuldigung, war am falschen Projekt. Minecraft Fallout. Warum bist du so unlustig? Ich bin unlustig? Oh mein Gott, die ganze Scheiße hat keinen Sinn mehr. Leute, ich gebe auf, das Projekt ist beendet. JA! Ihr seid frei! Wer hat gedacht, dass wir frei sind? Wir fangen mit einem neuen Projekt an. Mit doppelt so vielen Folgen. War das etwa ein Teaser für ein neues Projekt, was danach kommt? Was? Es kommt danach ein neues Projekt? Wer sagt das? Deine Hose. Meine Hose? Meine Hose lebt! Meine Hose sagt das. Steffens Hose lebt. Hier ein Bild. Wie sie vor Steffen wegrennt. Oh Mann. Ja, also ich möchte mich natürlich auch nochmal bei meinen sehr sehr guten Freunden bedanken, dass sie mich so unterstützen und dieses Projekt mitmachen. Nein, ich mach das nur für das Geld. Nein. Nein. Achso, ich hab verstanden. Ha, gay? Ich dachte schon, Jan, was hab ich dir getan, dass du mich hier so blamierst. Blamieren. Blamieren oder kassieren? Rasieren oder kassieren? Da hab ich dich rasiert. Da hab ich dich rasiert. Ey, kann man mit einer Eisenpix-Ex Obsidian abbauen? Äh, nein. Shit. Wie viele braucht man nochmal für einen Verzauberungstisch? Zwei Diamanten, oder? Weiß ich nicht. Äh... Keine Ahnung, Mann. Ach Mann, Alter, warum, warum, ey? Ich google das gleich in der nächsten Pause. Ich brauch doch, doch, drei. Und dann... Ja, doch, doch. Doch, 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 doch. Man braucht genau. Ich steck die Füße in den Ofen. Alles klar, Jan. Ich schlag dir das Ohr ab. Und hier, ich seh die Friedweiße. Jan, was ist dein Problem? Alles schmeckt frizit besser. Das ist wahr. Ja. Schuhe braucht man nicht. Alles klar. So, denn da haben wir uns hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Bitte lieber Fallout, ähm, Fallout-Gott. Ich hab, wie heißt... Ich werd sterben, ich werd sterben. Du bist schon tot. Du bist schon gestorben. Alles klar. Scheiß Baxter. Alter. Oh mein Gott, Jonas ist tot. Ich konnte da nicht mal was für. Was ist denn was für? Weil, bei mir hat das einfach so extrem hart geleckt, dass ich einfach, ähm, na, ich... war ein Wulver-Skelett, ne, und das... Ich hab einfach auf einmal Schaden gekriegt. Nicht mal der Wulver-Effekt war da. Ich hab einfach angefangen Schaden zu bekommen. Äh, ich hab überhaupt nichts gesehen. Das Wulver-Skelett war auch noch nicht da. Ähm, Jonas darf ich mir was verraten. Ich hab doch, als ihr letztens ARC gespielt habt, hab ich doch erzählt, dass es neue Mobs gibt. Ja. Und, ähm, eine der neuen Mobs, ähm, die sind von der 1.11, die, ähm, die siehst du einfach nicht. Die sind so nur komische Wanderer, wie die heißen. Und, ähm, die machen extrem viel Damage. Deswegen bin ich bei... Also, ich spiel ab und zu AFK auch mal Minecraft. Ähm, deswegen bin ich bei... AFK? Ohne... Wunder am Controller? Ja, stellt euch vor. Äh, deswegen bin ich auch schon mal gestorben, weil ich den einfach nicht gesehen habe. Und die haben mir einfach, selbst mit Diamant-Rüstung verzaubert auf Schutz, ähm, haben die mir ein halbes Herd, äh, halbes, ähm, Leben abgezogen. Die sind so krass OP. Also, du musst wirklich drauf achten. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir auch so war. Aber man sieht die nicht, weil die sind so eine Art Geister. Deswegen heißen die auch Wanderer. Ähm. Mhm. Die sieht man recht schlecht. Also, vor allem auch hier dann wahrscheinlich in diesem Texture Pack. Also, deswegen musst du auch drauf achten. Deswegen geh ich wahrscheinlich auch hier nicht ins Nator. Ja, das liegt bei mir auch gerade extrem. Okay. Hm, vielleicht kann es an Lack gelegen haben. Aber wenn man natürlich also selbst mit einer Diamant-Rüst. Ich werd, ich bin schon wieder tot. Alter, das geht doch nicht. Du bist ja fast so schlecht wie ich. Nein, ich kann einfach nichts machen. Es lag und dann bin ich auf einmal an einer ganz anderen Stelle und bin auf einmal tot. Ah, toll. Ja. Weißt du, ich muss, ich geh einfach raus aus dem Server und Joel nochmal neu, wenn wir uns ja nicht mehr suchen. Ja. Wolltest du dir auch gerade empfehlen. Weil so kann ich das eh nicht, so kann ich das eh nicht schaffen. Wenn, selbst im Zweikampf, wenn ich, dann bin ich schon tot, bevor ich überhaupt sehe, dass irgendwer da ist. Was? Ja, geil. Ich bin kurz AFK. Ich hole... Was holst du? Wasser. Achso, ich hab was anderes verstanden. Bei mir hast du gerade geleckt. Ich... Ich hole mir keinen noch. Okay. Ausnahmsweise heute mal nicht. Heute mal nicht, weil er eine Aufnahme ist, benimmt er sich mal. Ja. Er versucht es zu mir. Dann halb ich abstinent. Shit, meine Spitzhack ist schon wieder kaputt. Ja, die gehen immer so schnell schrub. Ja. Das ist voll traurig. Aber ich hab ja zum Glück noch Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ja, stark. Ich bin auch so schlau. Ich muss jetzt insnieren, weil ich meine Sachen jetzt nicht kriege, bin ich am Arsch. Ja. Aber es ging mir beim letzten Projekt aus so, weißt du noch? Wo wir jetzt... Guck mal, ich kann nicht mal das Ende... Das Nether Portal richtig... Also ich komme da nicht mal raus. Wenn ich da weggehe, ist, brauche ich wieder ein Nether Portal. Bei mir lags gerade auch extrem. What the fuck. Da ich den Server nach der Folge nochmal neu starten. Ja, mach bitte das. Ja, tut mir leid. Mein ganzes Zeug ist weg. Aber nur wegen diesen scheiß Legs. Okay. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Danke. Warte mal, jetzt bin ich auf die falsche Straße gekommen. Ich guck mal, wie lange die Folge noch geht. Wenn nicht, beende ich einfach die Folge hier und stoppe die Zeit. So, Leute. Hier wird es jetzt einen kurzen Cut geben. Ähm, beende hier kurz die Folge. Und dann hoffen wir, dass wir das Problem vielleicht nochmal lösen können. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Ciao. So, und da sind wir wieder. Hallo, Leute. Hallo. Doch. Ja, ich hoffe es funktioniert jetzt vielleicht etwas besser. Wenn nicht, ähm, werde ich in der Pause mal gucken, wo vielleicht voran fliegen könnte. Alter, ich hab Kohle gefunden. Was? Du hast Kohle gefunden? Ich wusste gar nicht, dass es bei Minecraft Geld gibt. Ich hab auch Kohle gefunden. Ja. Irgendwie hat irgendeiner das an, dass man sich doppelt hört. Fuck. Ich verrickier gar nicht, Mann. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Hä? Wo bist du? Na, ich bin jetzt gerade bei uns. Scheiß Skelett. Warte. Es könnte sein, dass es vielleicht daran liegt, dass ich gerade noch was hochlade. Danke, Steffen. Danke. Das hätten wir echt überlegt gerade. Ah! Scheiße, Silbersteinfische. Oder wie die heißen. Diese ekligen Tiere. Fuck. Fuck. Ach du Scheiße. Eigentlich wollte ich noch Diamanten finden, aber das lassen wir einfach. Ich sehe eine Person. Dann greifst der an. Oh mein Gott. Die Person? Nee, die ist zu weit weg. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Oh? Wie bitte? Die neue Playstation ist einfach so leise. Ach nee. Und wenn du sie nicht sauber machst, endest du wie bei Jonas PS4. Ja, dann hört man die ganze Zeit arbeiten. Habe ich mich ernsthaft in den Berg geraben? Pfff! Staubsauger. Pfff! Wie bei der Formel 1. Pfff! Astrein. Alter, ich habe irgendwie Angst, dass gerade irgendeine hier ist. hinter mir stand. Ey. Krass. Can? Willst du mich jetzt vertilten? Hat einer eine Spitzhocke gerade in der Hand? Nope. Nope. Ja, dann wirst du das. Hallo Can. Hi. Wie geht's? Ja, dann flieg mal. Ihr wisst schon, dass es ein Projekt ist, wo man kämpfen soll. Ja. Ne. So. Mach ein bisschen mit Leuten zu. Ach so, ein bisschen schmal, Thor. Hä? Wollte mich veräppeln? Das. Alles klar. Wo ich rauskomme. Er ist gerade. Er ist gerade. Er ist gerade. Er ist gerade in meinem Haus. Und ich sehe ihn nur durch einen Chunkfehler. Ach, er ist gerade in deinem Haus? Nein, er ist gerade in einem Haus. Ach so. Ich will, ich, ich sag nicht wo. Ich weiß wo es ist, aber ich will, ich sag jetzt nichts dazu. Ja, also ich geh jetzt auch mal wieder aus meiner Höhle raus und werde irgendeinen töten. Ich, ich brauche nämlich Blut. So. Mal sagen, wir gehen jetzt auch wieder hoch. Hoch, hoch. Hoch. Och Mann, ey. Ja, war auch lustig. Mal arg in Minecraft-Version, dass so in deinem Arm so ein Kristall eingebrannt ist, dass du dann da dein Inventar öffnen kannst. Hm. Wär schon lustig. Das wär schon... So einfach Jahre, um den Ofen zu öffnen. Dann hör auf hochzuladen, Steffen, weil... Ja, aber ich kann, ich will jetzt nicht schon wieder die Folge beenden. Die geht jetzt noch ein paar Minuten und dann beende ich kurz und dann breche ich das hochladen ab, okay? Ich hab grad Vergiftung bekommen, weil ich ne Karotte gegessen hab. Ja, es gibt ja auch gefakte... Oder geht so? Es gibt gefakte Karotten. Es gibt gefakte Kartoffeln, nicht Karotten. Ich hab gesagt, es gibt auch gefakte Karotten. Nein. Frag die Karotte doch nächstes Mal, ob sie gefakt ist. Bist du gefakt, Karotte? Ja. Doch. Ich bin eine gefakte Karotte. Siehst du das nicht? Da steht sogar auf meinen Namen draus. Bist du ich? Alter, was bist du denn? Alter, das ist so nervig mit dieser Junk-Regeneration. Ich seh wirklich jeder... Politische Themen waren verboten, oder? Ja, also, was willst du denn ansprechen? Ja, ich weiß nicht, ob das politische ist, also kann ich... Naja. Donald Trump? Donald Trump und sein neuer Gate Tower. Achso. Was? Ja, okay, Donald Trump. Also, ich meinte jetzt mit diesen politischen Themen, wie zum Beispiel Asylbewerber und so, wo dann halt, ähm... Jetzt hat er es angesprochen, Strike to Steffen! Mann, ich hab dir nur ein Beispiel. Okay, dann hab ich jetzt halt einen Strike. Nein, nein. Ich red nie wieder mit... Wer hat er grad doch gesagt? Beleidigungs-Strike! Steffen, mein Strike schreibt's jetzt in die Kommentare. Oh, Mann, ey. Ihr könnt ja abstimmen. Ich hab dich verarscht, Steffen. Was? Du hast mich verarscht? Nein, ich meinte jetzt also mit halt... Also, du weißt ja jetzt, was ich mein, oder? Ja, klar. Gut, also, wir können gerne über Donald Trump sprechen, wenn ihr wollt. Aber... Er ist ja als Präsident, ne? Donald! Was haltet ihr davon? Ich find das voll cool. Weil ich find das voll cool. Also, wenn ich so ehrlich bin, der Mann, der ähnelt mir sehr. Ja. Ja, stimmt. Ihr habt dieselben Körpermaße. Dieselbe Frisur. Nein, natürlich ist das nur ein Spaß gemeint. Also nein, also ich... Naja... dass Steffen die Anzug trägt. Steffen hat... Steffen hat nicht so ne schöne Frisur wie Donald. Noch schlimmer. Okay, hier war schon mal jemand, weil die Kiste hier gelootet ist. Ey, Tja, was ist das denn hier? Ich kann gar nicht verflachen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab Angst. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass sich irgendein Hacker hier reingehackt hat. Glaube ich auch. Der einzige, der höchstens nur noch hier reinkommen könnte, außer wenn du jetzt die Party jetzt schon nicht so eingestellt hast wie Olli. Ach ja, stimmt. Das sollte ich mal machen. Sonst haben wir wieder unerwarteten Besuch. So, meine Damen und Herren, das war's wieder von dieser Folge. Mit ein paar Komplikationen haben wir es zum Ende dieser Folge geschafft. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und meine Gäste, meine Freunde... Danke, Can. Danke, dass du eingeschaltet hast und mich während der Abmoderation störst. Wir bleiben aber bei Gästen. Und ihr habt das letzte Wort. Außer Can. Can hat verkackt bei mir. Spaghetti Wurst. Okay. Ich mag Lasagne mehr. Mango. Ja, Lasagne ist geil, oder? Ja, man. Okay, das war's von dieser Folge. Haut darin. Tschüss.